So, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Ah, ich mag den Dino. Ey, ich will unbedingt noch mehr solche Dinos freischalten. Unbedingt. So, gut, machen wir weiter an der Stelle. Ähm, ja, letzte Folge haben wir uns ja sehr viel schon um die Zufriedenheit gekümmert, also um die Luxusgüter, damit die Bilanz besser wird. Wobei, gerade sieht die noch nicht so gut aus, ist nur noch bei 40.000. Äh, wir gucken mal kurz, Hochräder will schon wieder runtergehen, Schokolade müssen wir noch gucken, Zigarren will ich jetzt erstmal schauen, wie sich das stabilisiert. Äh, und genauso hatte ich vorhin gesehen, dass Rum nicht mehr so gut aussieht, genau. So, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, würde ich mich, glaube ich, erstmal gerne um Rum kümmern und um Schokolade. Da hätte ich Lust drauf, dass wir das mal ein bisschen stabilisieren. Äh, wegen Hochräder schaue ich mal ganz kurz, das würde mich mal eben interessieren, warum das jetzt schon wieder runtergeht. Äh, wir brauchen dafür, ach, weil wir schon wieder kein Kautschuk haben. Okay, da müssen wir mal gucken. Äh, ganz kurz mal eben, da schauen wir mal schnell. Und das ist jetzt übrigens auch mein großes Ziel, ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge schaffen, äh, die 60.000 Einwohner zu erreichen. So bald wie möglich, ne. Aber erstmal will ich halt alles stabilisiert wissen. So, das ist, glaube ich, unsere Kautschuk-Insel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jo, wir haben hier 20 Kautschuk-Plantagen, auch ziemlich effektive hingebaut. Äh, die Warenhäuser sind etwas überlastet, so wie es aussieht. Ich baue mal erstmal hier noch eins hin. Wir können die ja theoretisch dann auch einfach mal upgraden, das ist ja an sich auch nicht so das Problem. Also, beziehungsweise, das heißt ja doch, könnten wir auf Stufe 3, könnten wir die theoretisch bringen. Hm, weil es kann ja gut sein, dass wir hier dann noch mehr hinbauen wollen. So, jetzt gucken wir mal ganz schnell, wie viel wir hier gerade gelagert haben an Kautschuk. Ob die mit dem Transportieren nicht hinterherkommen, das sieht mir ganz danach aus. Ich glaube, aktuell habe ich zwei Schiffe auf dieser Route. Und wir sollten wahrscheinlich eher auf drei Schiffe gehen. Und dann müsste das eigentlich, ja, wir haben zwei Schiffe, müsste das eigentlich laufen. Dann nehmen wir mal Löwenmäulchen 2. Das ist hoffentlich nicht beladen, wir können mal eben nachgucken. Das war gleich neben der Insel hier gewesen. Löwenmäulchen 2, alles klar, ist gerade nichts drin. So, jetzt haben wir drei Schiffe auf der Route. Jetzt hoffe ich, dass das mit Kautschuk passt, weil ich denke, die Produktion ist hoch genug. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar noch ein Schiff einteilen sollten dafür, oder? Wollen wir noch ein viertes Schiff nehmen? Ich bin wirklich stark dafür. Wir gucken mal. Nordwind 2 können wir noch nehmen. Das steht gerade dumm hier rum. Machen wir das mal eben noch schnell. Ah, hier oben ist es. Alles klar. Ich bin wieder irgendwie eine halbe Minute danach gesucht, da war ja was ganz oben gewesen. So, okay, alles klar, Leute. Nun soll das mit Kautschuk laufen. Das heißt, Hochräder läuft das mal. Und jetzt würde ich mich gerne erst mal um Rum kümmern. Wir haben ja auch hier eine wunderbare Übersicht im Marktplatz. Wir gucken nochmal ganz kurz. Rum haben wir aktuell nur noch 19 Tonnen und der Balken ist auch gerade leer. Alles andere sieht relativ gut aus. Schnaps noch 250 Tonnen, da muss man mal gucken bei Gelegenheit. Aber Schnaps ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Brot ist auch nicht mehr so pralle. Das ist aber an sich kein Problem. Wir haben, glaube ich, massiv viel Getreide hier. Hier haben wir es. Getreide 3400 Tonnen. Also wir sind fast am Cap. Mehl haben wir auch super viel. Wir brauchen einfach noch mehr Bäckereien, wie das Gebäude heißt. Moment, das machen wir mal schnell. Bäckerei. Wo haben wir die denn aktuell? Hier haben wir die. Sind die nicht mit dem Strom verbunden? Doch, sind sie. Okay, da bauen wir einfach mal noch zwei Bäckereien. So, und jetzt sollten wir Brot auch ordentlich Überschuss produzieren. So, mein lieber Marktplatz, wo bist du? Nähmaschinen. Haben wir 1200 Tonnen mittlerweile. Das ist super gut. Bier ist auch okay. Pelzmäntel hatten wir ja große Probleme. Wir sind jetzt bei 400 Tonnen. Das geht also auch nach oben. Brillen 60 Tonnen geht auch nach oben. Da hatten wir auch immer 0 Tonnen gehabt. Und Hochräder sollte sich dann jetzt bald auch wieder stabilisieren. Ja, wegen Taschenohren und so gucken wir mal. Das ist ja vom Gold abhängig. Zigarren genauso. Ich würde jetzt aber mich sehr gerne erstmal um Rum kümmern. Wir kümmern uns jetzt erstmal um Rum. Beziehungsweise um Schokolade. Dass das auch mal konstant oben ist. Und dann gucken wir weiter. So, und Zuckerrohr bauen wir aktuell nur auf dieser Insel hier ab. Also auf unserer Hauptinsel. Ich wäre ja dafür, dass wir hier zwar die Rumbrennereien haben, aber das Zuckerrohr woanders abbauen. Das ist einfach super ineffektiv hier. Auch die Stelle ist nicht so super geeignet. Ich werde richtig viele gleich an einer Stelle haben für eine Handelskammer. Und das lässt sich hier nur sehr schwer bewerkstelligen. Dementsprechend, lasst mal eben gucken, welche Insel wir stattdessen nehmen könnten für Zuckerrohr. Die ist schon bebaut. Die hier sieht doch wunderbar aus. Die ist ja richtig toll. Einzige Ding ist, dass wir hier 15 Ölquellen haben. Da sollte ich vielleicht erst alle Ölquellen anschließen. Und das ins Laufen bringen. Wir wollen ja sowieso in der neuen Welt noch Strom hinbringen. Gerade wegen den ganzen Goldvorkommen. Sodass wir die Goldminen doppelt so schnell produzieren können. Und im Anschluss baue ich dann hier die Zuckerrohrplantagen. Ich glaube, so sollte ich vorgehen. Ansonsten baue ich die Zuckerrohrplantagen. Und dann ist ja alles schon voll. Und ich kann keine Zugleise mehr ordentlich setzen oder so. Okay, das Ding nach einem Plan. Da müssen wir jetzt aber super viel... Ne, ne, ne. Ja, das kann gut sein. Keine Ahnung. Da müssen wir jetzt aber wirklich super viel Sachen drüber transportieren. Ich baue mal noch ein paar Frachtschiffe eben. Einfluss wird langsam auch ein bisschen knapper. Das ist nicht so schön. Aber so ein Frachtschiff kostet halt drei Einfluss. Also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwelche Gebäude upgraden können von den Investoren. Also hier gerade sollten wir das vielleicht wirklich mal machen. Wenn ich so drüber nachdenke. Ich mache das mal, Leute. Ist das hier der Aufstieg nicht möglich? Universität ist zu weit weg. Oh, ne, geht doch. Okay. Alles klar, Leute. So, dann machen wir hier raus erstmal Ingenieure. Und so bald wie möglich werde ich daraus dann Investoren machen. Es mangelt an Arbeitskraft. Äh. Okay, Moment. Da muss man das hier erstmal nach oben bringen. Dann das hier genauso. So. Und hier haben wir auch noch ein paar Häuser. Weil gemein könnte man hier vielleicht echt mal noch ein paar mehr Häuser reinbauen. Äh. Moment. Machen wir das hier auch mal weg. Und bauen wir jetzt ja auch noch Häuser rein. Machen wir das so hier und so hier. Dann können wir hier auch noch irgendwas Schönes reinbauen. So. Okay. Das hier bitte auch noch upgraden. Das hier auch. Die hier auch alle. So. Okay. Alles klar. Wir wollten ja sowieso irgendwann noch eine Arbeiterinsel machen. Da werden wir aber auch nicht drumherum kommen, wenn ich mir das hier so anschaue. Äh. Das wäre vielleicht sogar die beste Variante, dass wir auf der Insel dann uns nur um Arbeiter kümmern. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich dann so machen. Muss ich mal schauen. So. Gut. Und hier würde ich auch schon mal ein bisschen weg machen. Und noch ein paar Häuser hinten setzen. Bam. Ähm. Hier genauso. Der schöne Wald. Der schöne Wald. Also machen wir hier auch noch ein Arbeiterin. So. Moment. Äh. Das hier gefällt mir noch nicht. Das machen wir runter. Das machen wir genauso runter. Hm. So geht das irgendwie besser auf, wenn ich mir das so angucke. So. Dann hier Straße durchziehen. Hier genauso. Und jetzt hier auch noch Häuser hin. So. So. Jetzt hier nach oben. Okay. Alles klar. So. Wie gesagt. Wir werden jetzt bei Gelegenheit das alles upgraden. Dass wir wenigstens wieder ein bisschen Einfluss dazu gewinnen. Und jetzt noch genügend Handelskammern bauen können. So. Äh. Ja. Ich gebe gleich mal noch ein paar mehr Transportschiffe in Auftrag. So. 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 Okay. Alles klar, Leute. So. Jetzt muss ich mal gucken. Wie gesagt. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir die Insel komplett das Öl anschließen. Das machen wir jetzt als erstes. So. Und davon brauchen wir wieder von allem irgendwie was. Und das machen wir voll mit Stahlträger. So. Das wird aber noch nicht ausreichen. Da brauchen wir definitiv noch mindestens zwei, drei Schiffe mehr, wo Stahlträger drinnen gelagert sind. Mindestens. So. Ich schicke die aber jetzt schon mal rüber in die neue Welt. So. Bestätigen bitte. So. Und genau so. Muss man mal gucken. Haben wir hier noch irgendwelche inaktiven Transportschiffe? Haben wir. Sehr, sehr gut. So. Hier ist noch das ganze Zeug drin für Perlenfarm. Wir haben hier auch was für Schokoladenfabrik und so weiter. Okay. Tapper-Plantage. Meistbar. Zuckerrohr-Plantage. Ah. Sehr, sehr gut. Okay. Ja, stimmt. Das sollten wir dann vielleicht schon mal gleich rüberbringen. Ich suche mal eben alle Items. Oder nee, das machen wir später dann, Leute. Ich bringe jetzt erstmal Ressourcen rüber. So. Das kleinere Fall mit Ziegelstein. Das bringen wir schon mal hin. Und zwar zu der Insel hier. Dann gucken wir mal. Hier haben wir auch noch eins, das untätig ist. Oh. Nice. Das sind sogar ganz viele Stahlträger gelagert. Dann können wir das nämlich auch schon mal hierher bringen. So. Gut. Dann machen wir mal hier runter. Lass das jetzt hier schon mal ein bisschen ausbauen. Ähm, der Kontor sollte idealerweise nicht da sein, sondern eher hier. Und das gefällt mir besser. Dann ist der Meer zu unseren Inseln gerichtet. Ähm, machen wir einfach mal hier hin. So. Jetzt müssen wir den Spaß natürlich noch schnell verbinden hier. Ähm, so. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall einige Depots. Machen wir das erstmal. Äh, Depots haben wir hier. Machen wir so hier. So hier. Es mangelt an Arbeitskraft. Bäm. Bäm. So. So. Wir werden da jetzt richtig viel lagern müssen. Also die Insel wird jetzt massiv ausgebaut. Ähm, ich sehe auch gerade, wir müssen mal ganz schnell Anteile zurückkaufen hier. Also. Haben wir hier, wir haben hier sogar Kakao. Sehr, sehr gut. Das heißt, Schokolade können wir dann auch hier machen. Also wir machen jetzt hier Öl. Dann können wir, das wird wahrscheinlich schon ausreichen, das Öl, dass wir die komplette neue Welt mit Strom versorgen können. Zumindest die Goldminen und so. Weil wir haben ja 15 Goldminen. Ähm. Dann haben wir hier Kakao für Schokolade. Und wir haben hier super viel Platz auch. Also die Insel ist super gut, ey. Die ist wirklich super gut. Gibt es eigentlich nur irgendeine andere Insel, wo ich Anteile zurückkaufen muss? Ich schaue mal eben. Sieht mir... Oh ja, die hier. Okay, ganz schnell. Eieieiei. Okay, da muss ich wirklich noch mehr drauf achten. Ich weiß, ihr schreibt mir das auch ständig in die Kommentare. Äh. Aber ich versuche da immer schon hinterher zu sein. So, hier sieht es relativ gut aus. Okay. Ich gucke noch mal hier oben gerade, ne? Für die... Ich meine, gut, kann man sich denken. So, sind denn die Fachschiffe jetzt schon fertig? Ich schaue mal eben. Jeden Moment auf jeden Fall. Okay, weil die würde ich auch noch vollladen und rüberschicken, dass wir hier wirklich ununterbrochen bauen können. Jetzt auf der großen Insel. Das wäre super gut. So, äh, dich müssen wir schon mal jetzt hier nach oben bringen. Jetzt ist hier sozusagen die neue Anlegestelle. Und ich baue jetzt aber gleich mal noch ein paar mehr... Oder baue ich mehr Depots jetzt? Oder wollen wir... Ne, hier wollen wir wahrscheinlich den Ölhafen dann haben. Moment, ich gucke mal eben, wie die Ölquellen... Hier sind ganz viele Ölquellen. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Moment, und die anderen Ölquellen sind, glaube ich, komplett woanders. Die sind hier unten. Also, das Zugleichs wird ja super interessant. Aber das würde ich einfach hier dann so lang ziehen. Hier überall. Dann hier über den Weg drüber. Dann hier eine Brücke. Und dann kommt es hier zum Hafen. So machen wir das. Ja, doch, so machen wir das. So machen wir das. Da habe ich Bock drauf, Leute. Da habe ich Bock drauf. So, sehr gut. Die Schiffe wären fertig. Okay, bleiben wir bitte gleich hier stehen. Und ich haue ihn mir jetzt voll mit. Noch mehr Stahlträger. Stahlträger brauchen wir richtig viel. Ich haue sogar noch ein Schiff voll mit Stahlträgern. Ich weiß halt nicht, ob wir nochmal eine Runde Beton und Fenster mitbringen wollen. Das könnte vielleicht nicht schaden. Ich glaube, ich mache das. Aber ich werde das splitten. Also, ich mache Hälfte Fenster, Hälfte Beton. Bretter und Ziegelsteine können wir dann super easy einfach aus der neuen Welt haben wir in den, wo wir das herstellen. So, Beton muss ich noch finden. Haben wir hier. So, und dich knalle ich jetzt im Moment auch noch voll mit Stahlträgern. Stahlträger. Hier oben. So, okay, alles klar. Ich hoffe, das reicht dann, ey. Wir werden es dann sehen. Zumindest an den Stuff, den wir aus der alten Welt in die neue Welt bringen müssen. So, und die neue Welt bitte bestätigen. Okay, alles klar. So, wir ziehen gleich nach mit Frachtschiffen. Das ist erstmal eine gute Sache. So, okay, Ziegelsteine geben wir ab. Dann bringen wir das Schiff auch gleich wieder zurück zur Hauptlinse. Dann holen wir vielleicht noch mehr Ziegelsteine ran. Bretter geben wir auch ab. Wahrscheinlich, ja, wir brauchen bestimmt auch noch mehr Bretter. Schicke ich dich auch nochmal zurück, holen wir mit dir noch Bretter ran. Aber dann haben wir hier dann erstmal einen guten Vorrat an Ressourcen. Man muss mal gucken, das wird sehr, sehr teuer, jetzt hier 15 Ökönnen anzuschließen. Aber das wird man schon irgendwie hinkriegen, denke ich. So, währenddessen können wir mal eben Weltausstellung weitermachen. Ich bin halt immer hin und her gerissen bei Weltausstellungen zwischen Dekorationszeug und Sachen, die für die Handelskammer sind. So, wir kriegen wieder Kanäle. Sehr, sehr cool. Ich mach mal jetzt sehr schnell. Und dann können wir ruhig jetzt erstmal Wissenschaft und Innovationen wieder eine große machen. Vorbereiten, bestätigen. So, okay, alles klar. Jetzt müssen wir mal gucken, Weltkarte, wie lange brauchen denn die Schiffe noch hier rüber? Ich glaube, das sind hier alle, ne? Ja, das sind sie. Okay, die sind gleich da. Ich wollte ja allgemein jetzt sehr viel mehr mit sehr schnell arbeiten. Aber ich bin's halt gewöhnt, einfach immer wieder auf normal zu machen. Ich bin's einfach gewöhnt. Gut, da kommen jetzt die ersten Schiffe an von der alten Welt. Ja, das sind alles aus der alten Welt, die Schiffe. So, dann können wir nämlich jetzt hier schon mal anfangen. Ich würde als erstes jetzt gleich den Ölhafen bauen wollen. Den haben wir hier. So, bauen wir einfach hier hin. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier noch Öldepots hinbekommen. Also nicht. Aber hier kriegen wir die nebeneinander. Okay, das ist sehr, sehr cool. So hier. So, dann können wir hier eins hinbauen. Okay, super. So, das müssen wir auf jeden Fall gleich noch weiter ausbauen. Aber wir können notfalls auch auf der anderen Seite noch Öllager hinbauen. So, Schiffe werden auch gerade hier wieder fertig. Die können wir erstmal hier lassen. Ich werde schon mal einen Öltanker bauen. Ach, brauchen wir gleich zwei Öltanker. Was kosten die an einen? Plus fünf. Okay, alles klar. Das ist alles kein Problem. Lass mal gucken wegen Upgraden. Ansonsten würde ich einfach mal die Linienschiffe oder so zerstören. Hier wollten wir irgendwo Upgraden. Ja, hier. Weil hier können wir definitiv dann Investoren draus machen. Warum geht das nicht? Ich räume von mehr. Wir brauchen eine Universität. Okay, alles klar. Dann bauen wir hier noch eine rein. Die würde hier perfekt reinpassen. Das ist ein Traum, Leute. Okay, dann machen wir die Häuser weg. Mal sehen, ob das schon reicht. Oh nein, sie würde doch nicht perfekt reinpassen. Wie enttäuschend. Okay, dann machen wir hier mal die Straße weg. Das hier weg. Das hier weg. Und so machen. Dann hier noch ein Haus rein. Und dann baue ich die Uni jetzt hier einfach um. So. Okay, Uni Hammer. Das heißt, ihr könnt jetzt gleich upgraden. Können sogar jetzt schon machen. Sehr, sehr gut. So. Und der nächste Schritt ist dann, daraus Investoren machen. Ich muss noch schauen, haben die hier noch Strom? Strom habt ihr hier noch. Kraftwerk, wo bist du? Hier bist du. Das kann ich ja alles upgraden. Da werden überall, können wir dann Investoren draus machen. Sehr gut. Dann gibt man da wieder gut Einfluss dazu dann. So. Hier genauso. Jetzt darf ich aber erstmal nicht mehr Arbeiterhäuser upgraden. Ich muss erstmal die hier nach oben bringen. So. Okay, jetzt dürfen wir wieder. Jetzt dürfen wir wieder. Mal gucken. Vielleicht kommen wir ja allein so schon auf 60.000 Einwohner dann. Das wäre ja großartig. Spielstand gespeichert. Okay, jetzt brauchen wir wieder mehr Arbeiter, verdammt. Dann müssen wir das hier mal downgraden. Das hier genauso. Wir haben ja alles, oder? Das müsste nach oben gehen gerade. Ja, das geht nach oben. Wie viel Kaffee haben wir denn jetzt? Das würde mich echt mal interessieren. Als auch Brillen. Das würde mich auch sehr interessieren. Moment. Wir müssen eben mal hier wieder den Marktplatz anklicken. Alter Schwede! Kaffee haben wir 2000 Tonnen. Darum hatten wir uns ja in den letzten Folgen gekümmert. Das sieht richtig gut aus. Brillen hingegen 60 Tonnen. Ist auch noch okay. Ist auch noch okay. Brillen hatten wir immer große Probleme. Das ist erstmal in Ordnung. Das ist erstmal in Ordnung. Okay. Jetzt müssen wir schon die ersten Investoren machen. Mir ging jetzt ja jedes Mal zwei Punkte, ne? Jetzt haben wir sieben. Jetzt haben wir neun. Jetzt haben wir elf. Dreizen. Hufzen. Das ist der Wahnsinn, ey. Das ist wirklich der Wahnsinn. Dann, dann, dann. Ach krass, wie sich gleich wieder das ganze Inselbild erändert. Eben war ja noch alles voll mit Arbeiterhütten und Bauernhütten gewesen. So, ja. Müssen wir noch warten, bis die ein bisschen voller werden. Kann ich denn irgendwo? Die will ich lassen. Die müssen einfach noch ein bisschen sich entwickeln. So gut, Leute. Dann neue Welt. Legen wir erstmal los jetzt hier. Wir binden am besten. Weiß nicht, warum wir erstmal das hier anbinden. Das ist halt das Einfachste. Fangen wir mit dem Einfachen an? Oder fangen wir mit dem Schweren an? Wir fangen mit dem Schweren an. Wir machen erstmal hier. So, okay. Öl, Raffinerie. Was brauchen wir denn noch? Beton fehlt noch. Okay, Moment. Wir brauchen noch Beton. Das Schiff müsste aber eigentlich da sein. Das Betonschiff. Hier ist es wunderbar. So, hier ist auch nochmal Stahl. So, und eigentlich fehlt noch ein Schiff. Eigentlich müsste nur eins kommen mit Fenster und Beton. Gucken wir gleich mal. So, Stahl haben wir jetzt 600 Tonnen. Ich denke, das reicht aus. Mal gucken. Wir brauchen halt immer für Gleise und so Stahl. Deswegen habe ich gleich so viel mitgenommen. Also Stahlträger besser gesagt. So, gut. Irgendwo ist noch ein Schiff. Moment. Okay, das ist bei der falschen Insel. Das muss man hier herbringen. So, gut. Wir können jetzt aber zumindest schon mal anfangen. Also, Öl, Raffinerie. Ja, machen wir so, dass wir vier Stück reinkriegen. Ich glaube, so ist schon optimal. Gucken wir mal, ob das jetzt hinhaut. Eins, zwei, drei, vier. Ah, shit. Wir haben ja bestimmt hier noch irgendwo anders auch noch welche. Wartet mal, damit denn die anderen vorkommen. Hier haben wir noch welche. Hier haben wir auch noch welche. So, dann versuchen wir die vier hier mal noch anzuschließen. So. Bam, 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 bam. Okay. Moment. Hätte ich da noch eins mehr anschließen können? Nicht wirklich. So, und hier sind jetzt richtig viele. Alter Schwede. Kriegen wir alle? Wir kriegen alle. Wenn ich so mache, müssen wir alle kriegen. So. Bam, 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 bam. Nein. Wenn ich es nur einzeln weiter nach oben mache. Jetzt müsste es so gehen, oder? Nice. Wir haben ja eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, also haben wir jetzt 14 Stück angeschlossen von 15 mit drei Ölraffinerien. Ich will mal meinen, das ist cool so. Ich denke, das ist effektiv. So, gut. Alles klar. Jetzt müssen wir das halt nur noch mit dem Zug verbinden. Das habe ich ein bisschen doof gebaut. Das müsste man eigentlich noch mal drehen. Moment. So hier. so hier. So hier.